Servus, ich bin John Gründer, Co-Gründer von NLP und wie du siehst, bin ich mehr als 40 Jahre alt. Genau wie alles, was du über NLP gelernt hast. Aber NLP ist nicht stehen geblieben. Es hat sich weiterentwickelt und diese Weiterentwicklung heißt NU-Code NLP. Neugierig? Komm von 22 bis 29 März nach Wien und du bist beim NU-Code NLP Seminar in Österreich dabei. Und eine Woche mit Carmen und mit mir klingt doch ganz gut, oder? Also jetzt Seminar booken, wir sehen uns im März.